Sale 2019, Oktober 2019. Wir sind in St. Wendel bei Nico Ockenfels und WeCycle. Grüß dich Nico. Grüß dich Sven. Ja du bist total crazy. Ich zeig mal gerade was, was du hier ausgezeichnet hast. Erst 300 Kilometer ein Cube Reaction Hybrid Pro, quasi noch neu und da steht es für 1899 Euro. Es hat einen Bosch Motor, ich guck mal gerade. Ja ein Bosch Motor mit drin. Richtig, den Performance 6 mit 500 Watt Akku. Ja das ist Sale, also UVP sind knapp 2,3. Kostet jetzt 1900 Euro. Volle Garantie nehme ich an. Ja volle Garantie. In dem Fall ist es ein Rad von einem Kunden, der sich schlussendlich doch für ein vollgefedertes dann lieber entschieden hatte und wir das dann auch dementsprechend zurückgenommen haben. Das nächste. Also du hast ziemlich stark reduziert. Es geht um die 2019er Modelle. Oft ist nur die Farbe anders bei den 2020er. Manchmal ist auch technisch ein bisschen was anders, aber sie sind wirklich hoch aktuell, sind ja von diesem Jahr. Ja, also viel hat sich nicht geändert. Es gibt zwar ein paar Sachen jetzt gerade im Bereich Bosch, die sich natürlich geändert haben, aber die Modelle, die wir jetzt gerade im Auslaufbereich haben, sind natürlich zum einen sehr preisaggressiv und es sind immer noch gute Produkte. Also die haben wir über die letzten Jahre immer sehr gut verkauft und in vielen Bereichen ist es aber auch wirklich so, Farben bleiben oder verändern sich, aber das Grundprodukt bleibt eigentlich gleich, auch was Ausstattung angeht. Wir gehen mal hier vorne hin. Husqvarna hast du im Sale im Moment. Statt zum Beispiel 4.399 Euro für 3,899 Euro. Das ist ein ganz begehrtes Produkt, vollgefedert? Ja Husqvarna, die Marke dementsprechend, die man natürlich aus dem Bereich Motorrad, Rasenmäher etc. kennt, machen auch sehr hochwertige Fahrräder, gerade rein auch nur im E-Bike-Bereich. Hier haben wir das Mountain Cross MC5, das Einstiegsmodell mit 150 mm Federweg und das jetzt natürlich auch zu einem sehr attraktiven Preis. Man kann alles finanzieren, das ist kein Thema. Hier oben haben wir eins, statt 4.600 Euro, 4.049 Euro. Auch ein Husqvarna? Genau, auch ein Husqvarna aus der HC Serie, also etwas mehr Federweg. Wir haben hier dann schon 180 mm. Der Grundaufbau ist der gleiche, aber es ist halt das Rad für den noch gröberen Einsatz. Das heißt, wenn ich mal springen will zum Beispiel. Ob ich das denn tue, ist unerheblich. Viele kaufen sich das auch nur wegen der Optik und weil es gut fährt. Man muss ja nicht springen. Tolles Rad, ein Cube, ein HPA, Aluminium habe ich gelernt am Schluss. Das ist ein Aluminium, richtig. Das ist eines der letzten Stereos Hybrid aus 2019. Also hier heißt es auch wirklich schnell sein, weil das ist das Einzige, was wir noch haben. Das ist jetzt auch ein großer Rahmen in 22 Zoll, ist mitunter aber auch immer ein Rad, wo nicht so oft übrig bleibt. Aber auch die Rahmengrößen bieten wir einfach an, weil es gibt große, es gibt kleine Leute. Und wir wollen ja schlussendlich auch, dass die Leute die Räder ausprobieren und fahren können. Und dann sollte das natürlich auch in der passenden Rahmengröße sein. Also es bezieht sich jetzt im Gesamten wirklich mehr noch auf wirklich Einzelstücke. Es gibt wenige Räder, die noch in mehreren Rahmengrößen da sind. Einmal vorbeikommen, ausprobieren. Einmal vorbeikommen. Man muss gucken, für was sucht man ein Fahrrad. Wir haben in allen Bereichen eigentlich schon immer noch was da, aber das können wir dann im Prinzip individuell mit dem Kunden vor Ort natürlich auch anschauen. Und das natürlich in beiden Läden, sowohl hier in St. Wendel als auch in Riegelsberg. Highbike All Mountain 3.0 statt 4.400 Euro 3,899 Euro. Tolles Rad. Ja, tolles Rad. Auch in diesem Jahr sehr gut verkauft. Hier in dem Fall mit dem Bosch Antrieb. Wir haben oben auch noch ein Rad mit dem Yamaha. Also auch hier wirklich alle Marken sind betroffen, weil wir brauchen jetzt schlussendlich halt auch Platz für die neuen Modelle, die jetzt so langsam eintrudeln oder auch schon da sind. Und deswegen jetzt auch die Preisreduzierung. Ja, ganz krass. Du hast die Tiefeinsteiger reduziert. 18,99 Euro. Statt 2.200 Euro. Hier kann ich überhaupt nichts falsch machen. Scott Toller, auch ein guter Anbieter. Genau. Also Einstiegsmodell. Jetzt muss man natürlich auch sagen, durch die Preisreduzierung kommen wir auch unter 2.000 Euro. Das heißt, gerade für denjenigen, der sagt, 2.000 Euro, das ist schon viel Geld. Meine Schmerzgrenze war vielleicht nur 18 oder 1900. Der kriegt jetzt im Prinzip ein hochwertiges Rad zu einem günstigeren Kurs. Ja, ein 2019er Modell mit einem Bosch Active 250 Watt und einem Purion Display. Hier habe ich dann auch eine richtig tolle Schaltung auch mit drauf. Das heißt, ich habe eine Shimano-Schaltung angemessen für das Rad. Genau. Hier haben wir jetzt die Einstiegsgruppe, die Acerer. Also es ist in dem Sinn ein Einstiegsmodell, aber in der Wertigkeit nicht anders zu den hochwertigen Modellen. Es kommt natürlich auch immer auf den Einsatzzweck drauf an. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich fahre wirklich nur zwei-, dreimal im Jahr. Das kann mit dem E-Bike durchaus schnell mehr werden. Oder ob ich sage, ich bin ein Vielfahrer, ich fahre jeden Tag auf die Arbeit bei Wind und Wetter. Dann ist die Belastung an das Produkt natürlich eine andere. Und dann sollte ich natürlich auch jetzt nicht nur das Einstiegsmodell nehmen. Also hier ist alles reduziert. Zumindest alles, wo ein Rotstift dran ist. Vielleicht mal hier mal rausgegriffen, das Kurier E-Bike Tracking von Stevens. Und das ist jetzt reduziert von knapp 2,5 auf 2,249. Das hat auch einen Bosch Antrieb? Das hat in dem Fall jetzt auch einen Bosch Antrieb. Genau. Den Active Motor, ähnlich wie jetzt bei dem Modell vorne. Auch den Akku jetzt ein bisschen anders positioniert. Das macht dieser Hersteller jetzt schlussendlich anders. Aber hier eine Namenschaltung. So, das heißt auch hier, der schaltet frei beim Treten, wenn man nicht mehr tritt? Ja. Genau. Das heißt, er hat einen Freilauf. Also ich merke den Motor nicht, das Getriebe wird abgeschaltet. Genau. Deswegen auch das große Ritzel. Das habe ich schon gelernt. Großes Ritzel heißt meistens Freilauf. Active, Active Plus konnten das schon. Und jetzt mit der neuen Version, mit der Generation 4, kann das schlussendlich auch der Performance und Performance CX. Ja, ganz scharfes Rad hier in einem Bronze-Look fast von Scott. Es hat eine unglaublich tolle Integration von dem Akku. Jetzt weiß ich gar nicht, was für ein Antrieb drin ist. Hier ist auch ein Bosch Antrieb. Also gerade bei Scott setzt man auch verstärkt auf Bosch, auch im nächsten Jahr. In dem Fall der Active Plus, der etwas stärkere Motor mit dem integrierten Akku. Also gerade bei dem Grundpreis für 2,599 hatten wir wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei Scott. Und die Lösung, die wir hier sehen, wie der Akku integriert ist, ist sehr, sehr schön. Und vor allem eine sehr eigenständige Farbe mal. Ein schönes auch, ein sehr, sehr dünner Laufräder. Das heißt, es läuft wahrscheinlich auch ganz gut. Und ich habe so eine Mischbereifung. In dem Fall haben wir jetzt ein Cross-Tracking-Rad, die es ja auch wiederum mit Motor gibt. Das heißt, ein bisschen grobstolliger wird das klassische Tracking-Rad, aber auch etwas sportiver von der Sitzhaltung. Oben drauf, das sieht schon fast aus wie ein Fahrrad mit dem Pendler zum Beispiel fahren können, mit einem Bosch Performance Line Motor. Auch Modelljahr 2019 von Stevens, das E-Lawina PT5. Genau. Die PT5-Serie sind die Räder mit integriertem Akku. Wir hatten eben das Kurier kurz gehabt. Da saß der Akku ja quasi oben auf dem Motor auf. Und mit diesem Modell, mit dem PT5 geht es quasi los mit der integrierten Lösung. Das Lawina ist das Einstiegsmodell, auch wenn es 3.000 Euro kostet. Aber die integrierte Lösung geht natürlich nicht für 2.000 oder 2.500 Euro. Das funktioniert in dem Fall noch nicht. Kostet jetzt 2.700 Euro nur noch. Genau. Kostet jetzt nur noch 2.700 Euro. Und zum nächsten Jahr ändert sich bei dem Rad auch nicht so viel. Es bleibt weiterhin schwarz sogar. Hier vorne haben wir noch ein tolles. Das ist Husqvarna. Das ist ein Tour von Husqvarna. Richtig toll. Aber man sieht es jetzt nicht so gut, weil ich gerade gegen das Licht filme. Da ist es nochmal. Wir haben hier im Prinzip die großvolumigere Bereifung von Schwalbe mit dem Motorreifen. Großes Volumen. 27,5 Zoll Laufräder. Fast wie ein Moped, oder? Fast wie ein Moped, ja. Wenn nicht sogar größer wie bei manchen Mopeds. Dadurch haben wir durch den großvolumigen Reifen einfach auch mehr Auflagefläche, mehr Grip, aber auch deutlich mehr Komfort. Feder besser. Genau. Wir erzielen wirklich mehr Komfort. Und das macht diese Serie auch aus. Vor allen Dingen aber auch die Handlichkeit im Vergleich zu einem klassischen Trainingrad. Ich sage halt jedem mal, er muss sowas halt auch mal fahren, um das halt auch wirklich zu erleben. Weil viele sagen, Mensch, ich will aber auch mal im Wald fahren. Und dann wird es mit einem klassischen 28 Zoll mit einer schmalen Bereifung doch etwas kritisch oftmals. Ja, auch hier haben wir ein Sonderangebot hier. Man, das kostet selbe. Statt 4,4, dann für rund 4.000. Also 3,999. 3,999. Das ist jetzt in dem Fall die Top-Variante mit elektronischer Shimano-Schaltung, die XT-DI2. Keine Züge mehr. Keine Züge mehr. Die Leitung haben wir noch, aber keine direkten Züge mehr. Und das ist halt, ja, das absolute Highlight-Modell. Nie wieder falsch halten. Das ist das, was ich gelernt habe. Ja, wir gehen mal kurz rum. Auch hier haben wir ganz viele Fahrräder reduziert. Also das Beste ist einfach mal vorbeikommen. Für Mädels, irgendwie, Hardtails für Mädels hast du auch reduziert? Ja, haben wir auch. Können wir vielleicht kurz mal hingehen. Vielleicht gehen wir dann auch mal in die Variante ohne Motor. Auch das haben wir noch. Ja. Ah, hier. Ich hätte es sehen müssen an den Farben. Es sind weniger Modelle, also es sind wirklich nicht mehr viele da. Alles, was jetzt hier steht, ist schon 2020. Rahmen teilweise auch ein bisschen kleiner, weil die Mädels ja alle nicht 2 Meter groß sind. Genau, die Rahmen sind natürlich ganz anders dimensioniert. Tendenziell Rahmengrößen schon ab XS losgehend. Ja, das Hard7 Live 2.0 für 19,49. Faires Angebot. Richtig. Also hier kommen wir wirklich oftmals dann bei den Einstiegsmodellen unter 2.000 Euro, wo viele das als auch wirklich die Schmerzgrenze für sich irgendwo halt auch sehen. Und deswegen gerade für die Kundschaft ist es wirklich interessant, jetzt auch mal vorbeizukommen, sich zu informieren, weil nächstes Jahr wird auch noch weiterhin Rad gefahren. Außerdem ist es so, im Herbst und auch im Winter kann man prima Rad fahren, weil der Motor einen ja unterstützt. Das heißt, also das Thema bergrauf, bergrunter fahren, man verausgabt sich dann nicht zu sehr. Du hast es erwähnt, ohne Akku geht es auch. Ohne Akku geht es natürlich halt auch. Auch da haben wir verschiedene Angebote. Gerade jetzt in der Preislage 500 bis 1.000 Euro. Das ist ja, vor uns immer noch die Brot- und Butter-Fahrräder, die einfach mit dazugehören. Für denjenigen, der sagt, Mensch, ich will noch normal ohne Motor das Ganze nutzen. Oder auch für die Jugendlichen. Wir haben hier, sage ich mal, Räder, kleine Rahmengrößen, S oder XS. Gerade der Bereich Kommunion, so 9, 10, 11 Jahre. Das sind diejenigen, die schon durchaus auf diese Rahmen passen. Weihnachten steht schlussendlich auch bald vor der Tür. Und da kann man hier dementsprechend wirklich noch ein Schnäppchen machen. Ja, großer Sale. Halt es nochmal in die Kamera, ein bisschen Werbung machen. Nico Ockenfels, du hast gleich zwei Fahrrad-Fachgeschäfte. Eins hier in St. Wendel, direkt neben der Shell-Tankstelle. Und wir haben auch hier ein Fachmarktzentrum. Das heißt, wenn Sie es suchen, dann suchen Sie einfach mal nach Mühlens Schule oder hier nach Fressnapf. Die sind genau gegenüber. Aber ich sage mal, das Wichtigste da drüben ist die Shell-Tankstelle. Die ist eigentlich unübersehbar. Ihr seid direkt an der Bundesstraße, gell? Genau, die B41 läuft direkt quasi hinterm Haus entlang. Man sieht das Gebäude eigentlich auch. Und von daher können wir vielleicht auch nochmal die Luftbilder einblenden lassen, um das nochmal zu zeigen, wo wir aus der Vogelperspektive sind. Ja, aber der wichtigste Ort im ganzen Saarland, außer St. Wendel, ist natürlich Riegelsberg. Genau. Der Mittelpunkt. Nee, Spaß beiseite. Auch da ganz leicht zu finden. Man muss nur nach dem großen Funkturm gucken, wo Radio Salü ausgestrahlt wird. Nee, Spaß beiseite. In Riegelsberg habt ihr einen tollen Laden. Aber Ortsausgang Richtung Heusweiler. Richtung Heusweiler, genau. Kaufland ist dann knapp noch 300, 400 Meter entfernt von uns. Das kennen auch viele. Oder Riegelsberger Stumpen, für die, die aus Riegelsberg kommen. Auch ein Begriff. Dort findet man uns natürlich auch. Ja, die Öffnungszeiten sind klasse. Aber ich kann nochmal zu den Sale-Angeboten nochmal mehr sparen, indem ich das zum Beispiel auch als Jobrad mache. Muss ich nicht. Aber dann wird es vom Bruttolohn abgezogen, wie das funktioniert. Hier steht es auch nochmal. Man kann also bis zu 40 Prozent günstiger nochmal fahren. Das gilt für alles das, was Sie jetzt gesehen haben. Bitte beraten lassen. Es lohnt sich. Mach noch immer mehr, muss man sagen. Ist ein bisschen Aufwand. Man kann das Rad vielleicht nicht direkt mitnehmen, aber man spart bis zu 40 Prozent. Richtig, genau. Also hier ist wirklich auch nochmal ein hohes Sparpotenzial vorhanden. Gerade auch für die aktuellen Modellserien. Und da sollte man sich aber individuell beraten lassen. Auch mal beim Arbeitgeber schon mal vorab anfragen, ob er das anbietet. Oder ihm den Impuls geben, dass es doch ganz schön wäre, wenn er hat. Rahmenvertrag zu machen. Ja, das kostet auch nichts, der Rahmenvertrag. Für den Arbeitgeber ist es komplett kostenfrei. Selbst wenn er den Rahmenvertrag macht, verpflichtet ihn das zu gar nichts. Also das muss man halt auch immer wissen, weil viele Arbeitgeber natürlich auch immer sehr skeptisch sind. Was ist für... Ich unterschreibe und dann kriege ich die Abholung von 100.000 Euro. Nee, es kostet gar nichts. Genau, dubiose Machenschaften gibt. Und in dem Fall verpflichtet das, egal welcher Partner. Wir sehen hier Jobrat, Businessbike, Eurorat, MeinDienstrat. Egal welcher Partner. Seriös. Sind sie absolut seriös. Öffnungszeiten, ich sehe es gerade 9 bis 18 Uhr. Die Woche über, montags bis freitags und samstags habt ihr bis 1 Uhr da. Ansonsten anrufen, wenn ihr unterwegs seid. Ja, du selber, du bist auch öfter mal im Laden, mal da, mal da. Man kann jedes Rad, was man hier jetzt gesehen hat, auch nach Riegelsberg verschaffen. Man muss auch sagen, in Riegelsberg auch ganz viele Angebote. Richtig, genau. Also die Kollektionen sind gleich schlussendlich. Aber wir haben hier einfach mehr Fläche und können natürlich auf der Fläche mehr zeigen. So, vielen Dank. Nico Ockenfels, wir haben es erwähnt, WeCycle. Einfach mal googeln. Da finden Sie noch ganz, ganz viele Videos. Und danke. Und wenn Sie Sale halt nochmal in die Kamera machen müssen, ja, vielleicht nicht zu lange warten. Denn ich habe gehört, der ein oder andere guckt ja unser Fernsehen und ist auf YouTube und Facebook. Danke, tschüss. Ciao. Ciao.